Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu, oh mein Gott, Star Wars Gaming, wir sind wieder in Empire at War und wir haben hier bei der Rebellen-Kampagne im Grundspiel die Mission bekommen, die Imperiale Flotte aufzuhalten. Die Imperiale Flotte scheint 47 groß zu sein mit Admiral Piat, hier noch Captain Piat mit der Accuser, ist ein Sternzerstörer, wenn ich es richtig sehe, ein verbesserter Sternzerstörer. Wir haben Mr. Akbar, schauen wir mal, 4 Victories, 2 normale Sternzerstörer, 3 Akklamatoren, 4 von denen, unsere Flotte ist nicht klein, die ist deutlich größer als die, aber wir müssen mal gucken. Und wir haben den Vorteil hier einfach mal eine Stromstation Stufe 3 haben, ist nicht Stufe 4 oder 5, aber... Gut, das sind Einheiten, die ich auf jeden Fall wiederkriege. Oh mein Gott, sind die schon da? Okay, umdrehen, 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 nehmt euch den Tartan. Je mehr von den kleinen Schiffen weg sind, desto besser. Du greifst Captain Piat an, wir alle auf den Tartan. Pause. Erstmal Pause machen. Oh, okay, du darfst auf den Tartan gehen, du darfst jetzt auch auf den Tartan gehen, du darfst dir den Bomber hier nehmen, du darfst hier drauf, ihr drei geht mal hier drauf und ihr beiden, lasst euch hier bitte nicht von dem wegnehmen. Dann, ähm, das Wort noch mit Koreanische Corvette irgendwo, die ich nicht sehe, hier wird dann wahrscheinlich gleich kommen, den Teiljäger da drauf, den A-Wing auch hier drauf, den A-Wing auch hier drauf, und ihr drei dürfte einfach auf den Schiffen Rater gehen. Wie ist sie mit einem Tartan von den Tieren haben wir vernichtet? Schauen wir mal. Leute, hört doch jetzt mal auf hier so rein zu rennen, okay. Nimmst ihr den, ihr beiden, nehmt. Den da auch bitte. Junge, bleib doch mal stehen, was machst du denn da? Wenn wir jetzt hier Captain Piat vernichten könnten, das wäre schon cool. Oh mein Gott. Ich habe nicht gemerkt, dass Mr. Agba hier schon so low ist. Äh, Pause. Ich wollte eigentlich noch gucken, dass wir, ähm, seine Schilde wieder boosten. Ja, den werden wir jetzt verlieren, aber es ist hier ja nicht so schlimm, die kommen wieder, die Helden. Aber, den Kloppenkommandanten hier zu vernichten, das wäre schon cool, wenn das klappen könnte. Eins, zwei von euch. Schon, den Antrieb. Alle konzentrieren, bitte das Feuer hier drauf. Genau, alle auf, Mr. Piat, bitte. Auf die Turbolaser-Batterie. Komm schon, nein, 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 du musst da nicht das Feuer drauf konzentrieren. Du kannst auch hier drauf gehen. Die Jungen-Kanon-Batterie hier, die Turbolaser-Batterie hier drüben. Die Jungen-Kanon-Batterie, bitte, komm schon, komm schon, komm schon. Äh, der hat auch nur noch Laser-Geschütze. Oh mein Gott. Mr. Piat ist tot. Ich würde sagen, wir fliehen, aber die Home-One ist sowieso schon halbschrott, also. Bei den Sternenzerstörer. Komm, wir haben noch Nibullon-Bs. Können wir mit hier reinholen. Lass mal da an. Die Home-One könnte jetzt noch mal allen Einheitenbefehlen hier drauf zu gehen. Meine Bomber, hallo, dürften hier den Schild-Generator vernichten. Das wäre schon cool, wenn der weggehen würde. Das würde nämlich bedeuten, dass wir hier einfach so auf die Turbolaser-Batterien schießen können. Sehr, sehr schön. Oh mein Gott, wo kommt der denn jetzt her? Ich dachte, die haben nur drei Sternenzerstörer. Ach, das ist der dritte, dass das abiert. Okay. Jo, gucken wir mal. Gucken wir mal, was passiert, ne? Die Y-Wings dürfen auf die. Uh, und damit ist Akbar tot, das ist sehr schade. Nehmen wir mal einen Marauder, der könnte hier vielleicht ein bisschen helfen. Dann kommt schon alle jetzt hier auf den Schild-Generator. Alle auf den Schild-Generator, so schön es auch ist, die Turbolaser hier zu vernichten. Das mag hier nämlich hier natürlich, das ist nervig. Äh, der Marauder darf da drauf schießen. Noch ein Marauder hier hin. So ein bisschen Artillerie haben, das wäre schön. Damit haben wir die Flotte schon vernichtet. Ist halt ein bisschen blöd, dass wir jetzt, äh, schon alles auch schwer haben. Sonst hätten wir die hier links und rechts auseinandergenommen, ohne, dass irgendwas passiert wäre, für unsere Flotte, glaube ich. Kommt, Turbolaser-Batterien hier, die haben nur noch zwei davon. Wir verlieren hier auch jede Menge Schiffe, aber das ist, mir um ehrlich zu sein, gerade ziemlich egal. Wir haben gut in der Hinterhand. Wir haben gut Planeten, auch wenn es auch schwer ist. Ist das hier noch machbar? Der Akklamator nervt. Der wird jetzt auch nicht sein kommen. Nehmen den Akklamator, das müsste gehen. Ja, wir müssen jetzt mal gucken, dass wir hier ein bisschen was gegen die Jäger machen. Das ist noch ein Akklamator. Okay, nehmt euch hier die Turbolaser-Batterie vor, bitte. Oh mein Gott, der lebt immer noch. Das ist spannend. Ich will nicht unbedingt Jäger jetzt selber hier reinholen. Ich hätte lieber so eine CR 90 hier. Ich ging die Jäger und vor allem gegen die Bomber. Ja, jetzt können wir. Ihr dürft hier mit drauf. Du darfst mal hier. Oh mein Gott, der hat ja nicht. Nichts mehr. Ihr beiden könnt da hinten mit drauf gehen. Der hat hier noch den Proton-Torredewerfer. Perfekt. Du darfst damit drauf. Hier nochmal ein bisschen Anti-Jäger. Das ist mir zu viel Jäger-Krams. Du darfst hierhin kommen. Ihr drei greift mal hier an. Sehr schön, die Bomber da auch verlieren ganz gut. Jetzt nehmen die da die Turbolaser-Batterie und die Jungen von Mono bitte auch. Und damit haben wir, glaube ich, die Flotte aufgehalten. Wenn ich das richtig sehe. Das sind nur noch diese drei Victory-Sternen-Zerstörung, wo der eine im Prinzip nicht mehr vorhanden ist. Auch nochmal. Zwei Bomber dazu. Und dann jetzt kommt... Und nicht mit denen. Alle Einheiten. Anger, Ionen, Kondon-Batterie. Okay. Hier drauf. Wir haben unsere Raumstation Stufe 3 auch nicht mehr verloren. Klar, super, super kostspielig. Aber die haben, glaube ich, mehr verloren als wir auch. Ah, wir haben schon mehr Einheiten verloren. Aber die haben größere Einheiten definitiv vernichtet bekommen. Da habe ich nicht mal mehr hier die Flotte hier gebraucht. Die Flotte des Imperiums ist natürlich ein Grund zum Feiern. Aber ihr bedenkenloser Umgang mit Schiffen und Besatzung beunruhigt mich. Vielleicht brauchen sie die Schiffe nicht länger. Ich fürchte, die Allianz und alle, die an der Freiheit festhalten, sind in Gefahr. Soldaten werden ausgebildet. Hier bei Abrigado Rare nerven die mich natürlich. Wow, was ist los? Was passiert hier auf einmal? Und warum ist das so laut? Und ich habe da gerade noch Einheiten drauf gebaut. Der Plan des Imperiums ist noch schrecklicher, als wir befürchtet haben. Sie wollen alles in der Galaxis entweder beherrschen oder vernichten. Was können wir gegen diese Feuerkraft unternehmen? Wir müssen tun, was in unserer Macht steht. Und den Kampf gegen die Tyrannei fortsetzen. Hoffentlich ist das genug. Mein schönes Alderaan. Der Herrscher Frachter ist soeben aus der Gegend von Alderaan eingetroffen. Angeblich hat er die Daten des Todessterns an Bord. Frachter? Frachter? Damit du es weißt, die ist viel mehr als das Mann. Ihr seid also wieder zurück in unseren Reihen, Captain Solo. Wenn ich gewusst hätte, was ihr vorhabt, hätte ich mich vom Imperium auf Carida schnappen lassen. Ich bin nur gekommen, um eure Prinzessin und die Droiden abzuliefern. Jetzt nehme ich meine Belohnung und verschwinde. Wir können euch nicht zwingen, uns zu helfen. Aber wenn das Imperium siegt, werdet ihr keinen einzigen sicheren Hafen mehr finden. Lasst das meine Sorge sein. Okay. Spannend. Was sollen wir denn gegen die Feuerkraft dieser Station tun? Wir können sie nicht direkt angreifen, nur ihre Schwäche ausnutzen. Das ist unsere dunkelste Stunde. Unser Schicksal liegt in den Händen dieser tapferen Piloten. Wir müssen den Todesstern aufhalten, bevor er weitere Welten vernichtet. Oh mein Gott, wir haben Luxrauer gehalten. Wir können jetzt das rote Geschwader einsetzen. Sehr nice. Wie es scheint, habt ihr ja doch ein Gewissen. Lasst das bloß niemanden wissen. Ist schlecht fürs Geschäft. Ich wollte nur anständig auf Wiedersehen sagen. So, aber die haben Abrigado Ray einfach vernichtet. Da hatte ich doch gerade noch Einheiten drauf. Einfach keine Raumschlacht, nix. Die kommen einfach vorbei und... Hauen das Ding weg. Und ich kann die nicht mal auto-resolven. Da ist der Todesstern. Der hängt da einfach über Abrigado... Also, das, was mal Abrigado Ray war ab. Seht ihr euch das an? Da ist er. Sind die frech? Der Todesstern nähert sich mit großer Geschwindigkeit. Alle Einheiten Angriff. Der Feuerkraft dieser Kampfstation können wir nicht standhalten. Ich kann nicht mal Battlecam machen. Weil es nichts gibt, was man battlen könnte gerade. Ich kann gerade nicht mal abhauen. Warum kann ich nicht fliehen? Meine armen Soldaten. Mein armes Infanterie-Korps. Die Entscheidungsschlacht. Greift den Todesstern an, wenn das rote Geschwader die taktische Schlacht übersteht. Kann Luke den Todesstern vernichten und das Spiel... Das Spiel gewinnen! Haben wir dann... Müssen wir nicht mal die... Die Dings hier... Die ganze Galaxis einnehmen? Oh mein Gott, die Einheiten werden noch... Deswegen haben wir hier die ganze Zeit die Schlacht. Weil die Einheiten... Auf dem Trümmern noch gebaut werden. Das heißt, irgendwo... Irgendwo auf diesen brennenden Trümmern befindet sich noch eine Kaserne, die überlebt hat und Einheiten ausbildet. Alle Einheiten Angriff. Der Feuerkraft dieser Kampfstation... Alle Einheiten Angriff. Ein unbewaffnetes Shuttle. 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 Hä? Was machen die? Oh nein, da ist Luke. Und der kann nicht fliehen. Und das kann ich jetzt automatisch machen? Äh, ist das mies. Das bedeutet, wir können nicht fliehen, bis dieser Intellektor vernichtet ist. Ja, Schlüsseleinheiten, da. Der Schwerkraftgenerator. Der Schwerkraftgenerator ist die... Glückstreffer. Komm. Oh mein Gott. Hat er das vernichtet? Ich kann fliehen, oder nicht? Warum kann ich nicht fliehen? Warum kann ich keinen Rückzug aus dem Gefecht machen? Ach, das nervt mich doch jetzt. Jetzt können wir das hier nicht mal in irgendeiner Art und Weise gewinnen. Weil Luke jetzt erstmal... Ist das nervig. Ist das nervig, Leute. So. So. Ja, Korsal können wir nicht gewinnen. Ist mir klar. Automatisch. Wir müssen mehr Einheiten bauen. Wir müssen deutlich mehr Einheiten bauen. Zulust baut Einheiten. Bestien baut Einheiten. Korolak. Das kann ich automatisch machen. Oh, da war eine Raumstation. Ups. Das wusste ich nicht. Wir könnten gucken, ob wir Richtung Coruscant gehen. Oh mein Gott. Die kommen hier gerade zurück nach Coruscant. 3 PO. Einmal schnell hier lang. Der ist zum Glück relativ langsam. Der Todesstern. Na, die haben da schon jede Menge Einheiten. Das ist zu viel. Aber dann können wir vielleicht nach Abrigado Rail. Mir ist bewusst, dass wir jetzt hier Probleme bei Corriban kriegen können. Oh. Oh. 59er Flotte. Und jetzt, wenn der Todesstern da ist? 80. Das ist schon krass. Aber ich hoffe mal, dass Abrigado Rail dann jetzt einigermaßen unproblematisch wird. Korolak darf hier noch upgradeet werden. Da haben die nur ATSDs. Wir haben einen A-Wing verloren. Aber egal. Abrigado Rail gehört uns. Elum, da haben die nur ein Level 1. Dingsbums. Schauen wir mal. Wir haben so eine große Flotte. Guck mal, da können wir auch automatisch machen. Haben wir Elum schon direkt Bodeneinheiten hier mit drüber. Bis Luke dann wieder da ist. Oh, Abrigado Rail haben wir von La... Oh, oh, oh. Oh mein Gott, die fliegen da einfach durch. Oh, Junge. Gut, da werden die wohl öfter drüber wegfliegen. Aber jetzt erstmal gucken, dass wir hier Elum eingenommen kriegen. Und wo fliegen die da jetzt lang? Hat man da irgendwas gesehen? Keine Ahnung. Wir müssen aber gucken, dass die mehr und mehr Planeten verlieren. Dass die schwächer werden. Weniger Sachen bauen können. Jetzt wahrscheinlich auch nicht die Bodeneinheiten, die ich eigentlich anbieten hätte. Aber egal. Dann fliegt mal los. Einfach Angriff. Das ist natürlich mies. Aber hier haben wir den Dingsbums. Okay. Da ist eine Mine. Bisher machen die nichts. Anti-Infanterie. Ihr beiden baut euch mal auf. Immer noch nichts verloren, wenn die hier irgendwo einen Anti-Flugton. Bauen bin ich halt tot. Aber es sieht mir nicht so aus, als hätten die hier sowieso generell große Ansammlungen an Truppen. Deswegen würde ich hoffen, dass es ein bisschen was dauert, bis sie auf die Idee kommen. Und dann haben wir hoffentlich das Ding da vernichtet. Okay. Hier kommen einige Einheiten. Die sind gleich tot. Das ist dann halt so. Und jetzt vernichtet das Ding da. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Okay, komm. Oh mein Gott, die haben sogar einen Anti-Infantriekturm. Ein paar Plex Trooper. Normale Einheiten noch dazu. Wie sieht es hier aus? Das sind alles nur Minen. Wenn die wirklich überall nur Minen haben. Noch nehmen wir mal ein Bombardement hin. Und die Flügeinheiten sehe ich noch nicht. Normandierung dürfte hier gewirkt haben, glaube ich. Oh nein! Ja, toll. Damit ist meine Flügeinheit Schrott. Nirgendwo sieht man sowas. Und dann taucht es da auf. Naja. Hier läuft man ein Stück. Ihr lauft ebenfalls mit. Kommt schon. Naja, das ist ein Anti-Fahrzeug-Turm. Der kann vouchen. Handverlichtet ihn doch jetzt. Auf den. Auf den. Was macht ihr da? Warum greift ihr da nicht an? Warum läuft ihr einfach? Warum lauft ihr einfach durch? Das schafft ihr. Anti-Fahrzeug-Turm hier drüben vernichten. Hier geht das hier auch hin. Und damit war es das, glaube ich, was Einheiten angeht. Bombardierung hier drauf. Sehr schön. Der Turm ist weg. Was ist hier für ein Turm? Anti-Infandrie. Natürlich. Gut, dann geht da nicht lang. Kommt zurück. Könnt ihr hier eure Arketen einsetzen? Ja, könnt ihr. Wir haben gesiegt. Illum gehört uns. Sehr schön. Einiges verloren, aber... Auch ein wenig was hier erwartet. Mal nach Anaxes. Das heißt, die greifen wahrscheinlich Fresia an jetzt gleich. Komm schon, Luke. Luke hat die Hälfte seiner Leben. Nehmt mal ab, Regarde Rare, dass wir das vielleicht halten können. Wenn die da halt Bodeneinheiten langschicken, ist das ziemlich schnuppe. Aber wir sollten unsere Bodeneinheiten mal hier wegziehen. Die, die mir wirklich am Herzen liegen. noch ein paar... Luke muss langsam aber sicher zu sich kommen. Wir haben wieder. Eine 37er Flotte gegen eine 143er Flotte. Das ist machbar. Wenn Luke gleich wieder da ist. Komm schon, Luke. Du schaffst das. Ja, das ist egal. Solange Luke noch irgendwie durch... Oh, Luke kommt da nicht durch. Das ist natürlich blöd. Auf nach Alderaan. Wir müssen jetzt gucken, dass wir Luke mit der Hauptflotte verbinden. Oh, das wird eine fette Schlacht werden. Das wird eine fette Schlacht werden, Leute. Es ist egal, ich nehme einfach... Ich nehme einfach alle meine Einheiten. Geht auf den ersten Diktokreuzer, dass wir abhauen können. Feindliche Festung gibt's zum Glück noch nicht. Nochmal Marauder-Kreuzer und einfach alles hier auf den... Nee, Schildgenerator, bitte. Oh mein Gott, wie viele Interdiktokreuzer haben wir denn hier. Gut, Schildgenerator ist weg. Dann auf die Turblaser-Batterie. X-Wings wird sich doch vielleicht um andere Karten kümmern. Vor allem vielleicht um den Bomber hier drüben. Komm schon, du hier drauf. Bei X-Wings hier auf die Turblaser-Batterie. Da drauf. Na, kommt nicht für die CR-90 hier haben. Danke. Bleibt's da an. Sieht mir aber nicht so danach aus, als hätten hier großartig Verstärkung die gerufen würden oder könnten. Gut, dass der gerade verhindert, dass wir fliehen, während wir gewinnen. Boah, es ist hier oben los. Meine Güte. Okay, alle Einheiten hier drauf ziehen. Vernichtet den. Dann alle Einheiten da drauf. Hallo. Lasst mich doch ein paar MC-80-Kreuzer hier reinziehen. So. So muss das hier aussehen. Da sind meine MC-80-Kreuzer, die sich drum kümmern, sozusagen. Ganz, nehmt den Weg für die Kreuzer hier drüben. Ein bisschen Anti-Jäger noch mit rein. Ja. Vollkommen vernichtet. Perfekt. Sehr viel verloren. Aber ein bisschen Schwund ist immer, ne? Blöb, 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 blöb. Nein. Und vor allem die CR-90-Zier. Brauchen wir, merke ich gerade. Der ist hinten bei Carida, wie Han Solo es sagen würde. T4-B bereit. Taktisches Gefecht steht gleich. Aber egal. Es ist mir mittlerweile egal. Wir müssen jetzt nur Luke haben und dann gewinnen wir die Kampagne gleich. Dann könnte das in dieser Folge schon zu Ende gehen. Meine Güte, Leute. Komm schon. Luki, 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 luki. Dann müssen wir nach Anaxes und dann nach Carida. Ist auch nur ne 24er Flotte. Das geht. Die Frage ist, wie stark Anaxes verteidigt ist. Ne Level 4 Raumstation. Und die gehen nach Jabi ihm. Die merken, glaube ich, dass ich die jage. Das gefällt mir nicht. Und Luke wird jetzt wahrscheinlich als Held auch mit dabei sein. Ja. Absolut nicht. Ich hab Bodenleine? Ich hab' hier. Okay. Versucht die Verteidiger voneinander zu trennen und knöpft sie euch einzeln vor. Wir haben sie. Ah, guck mal da. Du darfst da drauf gehen. Du darfst da drauf gehen. Du darfst gucken, dass du hier den Victory... Oh, nein, du darfst den Broadset angreifen. Schon. Das ist echt nicht gut. Das ist ganz gut. Gar nicht gut. Die DP 20 hier mit drauf. Wir gehen uns damit drauf. Schon die DP 20 auf den Hangar, dass da nichts mehr rauskommt. Du holst dir jetzt hier bitte den Broadside Kreuzer. Oh mein Gott, haben wir schon viel verloren. Ähm, ein bisschen Anti-Jäger, bitte. Ah, der wird vernichtet werden hier. Aber in der Zeit kann ich halt hier mich auf den Hangar konzentrieren. Du gehst da drauf. Wir beiden, nehmt euch die mal. Die kriegen diesen Marauder irgendwie nicht klein. Finde ich interessant. So, und ihr solltet jetzt mal hier Lasergeschütz, Hangar. Nehmen die den Hangar. Die kriegen immerhin langsam was hin. Proton-Tropide-Werfer. Na, jetzt haben wir sie vernichtet. Die Turmelaser-Batterie da drüben. Jawohl, der Hangar ist weg. Da kommt nichts mehr raus. Das ist gut. Ja, nehmt mal die Ionen-Kanone. Ich darfst den Tatern vernichten. Die beiden hier drauf. Ein bisschen Anti-Jäger noch hier reinholen, um gegen die Bomber vorgehen zu können. Hier hier drauf. Die haben wir auf den Erschütterungs-Vaketenwerfer. Die Ionen-Kanone muss weg. Damit gehört Anaxes jetzt uns. Das ist gut. Luke darf jetzt mal hier rein. Gimmst bitte deine Schilde. Du verbesserst die. Jetzt müssen wir gucken, dass Luke hier nicht verreckt. Den Jäger dürfte dir eigentlich relativ gut ankommen. Was er tut. Die Jäger sind jetzt einfach abgehauen. Lasergeschütze da drüben. Ihr nehmt den Schild-Generator, bitte. Komm schon. Uh, die machen mir gerade extrem viel Schaden hier. Interessant. Aber das haben wir geschafft. Wir haben Sachen verloren. Aber zum Glück mich allzu viel. Und wenn hier nicht eine große Flotte sitzt, was nicht der Fall ist, nur eine Level-1-Raumstation, dürften wir gleich dem Tote-Stern sogar zuvorkommen. Da alles ausradieren. Alle Staffeln. Angriff. Eine optimale Taktik ist die Errichtung von Schlüssel. Kommt zurück. Ich brauche euch zwar nicht, aber egal. Na komm, Luke. Du darfst die Mitte helfen. Du gehst mal hier auf den Schild-Generator, aber eigentlich gerne vertreten auf den Hangar. Du darfst ebenfalls direkt auf den Hangar gehen. Oh, Luke. Hier drüben, bitte. Uh, zwei Victories. Drei Victories. Interessant. Ja, geht jetzt hier mal mit drauf. Hangar ist zwar nervig, aber Hangar der Victories ist ebenfalls nervig. Deswegen. Turblaser-Batterie da drüben. So wie es aussieht, sind es drei Victory-Sternenzerstörer. Jawohl, Kommandos. Schauen, noch so eine MC-80. Würde ich gleich um ehrlich zu sein nehmen, wenn ich die hier reinholen kann. Das wäre ganz cool. Könnt ihr alle zusammen auf diesen Hangar gehen, bitte? Und den vernichten? Dankeschön. Sehr gut. Victories-Sternenzerstörer Nummer 1 ist vernichtet. Ich sehe den zweiten nicht. Das hier ist der dritte. Haben wir den zweiten schon vernichtet? Schütterungs-Raketenwerfer bitte angreifen. Luke verliert ein bisschen Leben, aber es müssen Grenzen. Und sie fliehen. Sehr schön. Die Imperialen würden sich zurückziehen. Zurück zur Galaxis-Karte. Und auf nach Yabi. Oh mein Gott, jetzt ist er sogar da. Arnirall-Fischkopf wäre jetzt auch da, aber ist egal. Insgesamt vier andere Einheiten plus ein Level-1-Raumstation. Starren wir das Ganze und gucken mal, ist Luke als Einheit mit dabei oder ist es jetzt einfach, wir müssen... Luke ist als Einheit mit dabei. Was müssen wir jetzt machen? Die Frage ist, was... Oder hätte ich jetzt gar keine Raumschlacht hier machen müssen? Oh mein Gott, die haben eine Sternenzerstörung mit dabei. Interessant. Mein Griff auf jeden Fall. Kosten die Transporter hier einen Punkt für mich? Nehmt mal den Schild-Generator aufs Korn. Das heißt, hier um die... Das ist natürlich die Tatarns sind nicht gut. Ich muss gucken, dass Luke auf jeden Fall überlebt. Der ist hier unten geblieben. Das ist schön. Der erste Tatarn ist Schrott. Perfekt. Meine Einheiten sind aber auch Schrott. Dann kann es mal hier rein in der Hoffnung einiges an... Jägern vernichten zu können. Bleibt doch einfach stehen, anstatt da so rein zu fliegen. Ich check das nicht. Na gut, dann fliege halt weiter. Bleibt den hier an. Aber Hauptsache, du schießt jetzt hier. Auf die Turblaser-Batterie hoffentlich. Und ihr alle zusammen, nehmt den Hangar bitte, dass da nichts mehr rauskommt. Luke lebt noch. Das ist gut. Und schon durch den Antrieb. Turblaser. Können die alle zusammen hier auf den Victory-Sternenzerstörer gehen. Nicht mit dem bitte. Dann haben wir noch ein Klamarik-Kreuzer hier rein. Den ein oder anderen A-Wing. Und warum zu Ende von nicht den hier nicht? Lasst den doch bitte einfach mal sterben. Auf den Hangar. Ach nee, komm schon. Ja, Luke darf jetzt immer ein bisschen gegen die Bomber. Sonst habe ich gegen die Bomber keine Chance. Ich habe den A-Wing. Der kann vielleicht mal gegen die Bomber hier vorgehen. So. Was muss ich denn jetzt machen, um Flügel einklappen, Glückstreffer, Glückstreffer. Auf den Todesstern bitte. Ach wartet, okay. Ich dachte, die eine rote Einheit hier wäre der Todesstern. Nein, das ist eine Bodeneinheit. Wir haben gesiegt. Aber was machen wir jetzt um den... Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Warum ist das so laut? Boom. Ach, fühlt sich das gut an. Haben wir jetzt die Kampagne zu Ende oder müssen wir die ganze Karte noch reinnehmen? Oh mein Gott. Wir gewinnen. Hier werde ich die Musik wahrscheinlich rausschneiden, weil die sonst für Copyright-Probleme sorgen würde. Aber ich habe vollkommen vergessen, dass es diese Cutscenes gab in diesem Spiel. Okay. Das sind die Credits. Und das war's. Das war's mit der Kampagne. Habt ihr Bock auf eine Imperiumskampagne? Schreibt es unten in die Kommentare. Mich sehr interessieren. Ach, da kommen wir zu den Credits. Interessant. Ansonsten war's das für heute für mich. Ja. Habt einen wunderschönen Tag und mögt die Macht mit euch sein. bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.